Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal Fußball-Historie. Hier gibt es jede Woche eine kurze Geschichte aus der Fußballgeschichte. Mein Name ist Felix und heute geht es um einen Münzwurf, der Geschichte schrieb. Denn heute vor 53 Jahren, am 10. Juni 1968, wurde Italien erstmals Europameister. Aber das eigentliche Drama passierte ein paar Tage zuvor. 70.000 Zuschauer waren damals im Stadio San Paolo von Neapel. Es war restlos ausverkauft. Gastgeber Italien spielte gegen die UDSSR. Europameisterschaft. Halbfinale. Die vielen Zuschauer waren aber nicht selbstverständlich. Denn Ende der 60er Jahre hatte die Europameisterschaft längst noch nicht den Stellenwert von heute. Auch wenn es langsam besser wurde und sich die meisten Verbände für die Qualifikation gemeldet hatten. So war auch Deutschland zum ersten Mal dabei. Bis zur Endrunde in Italien schaffte es die Mannschaft von Bundestrainer Helmut Schön aber nicht. Ein 0 zu 0 in Albanien, später als Schmach von Tirana bekannt, bedeutete das Aus schon in der Qualifikation. Der Modus war im Vergleich zu heute ein anderer. Nur vier Mannschaften nahmen am eigentlichen Turnier in Italien teil. England, Jugoslawien, die UDSSR und der Gastgeber. Sie hatten sich durch die Qualifikation mit anschließender K.O.-Runde in Hin- und Rückspiel gekämpft. Die UDSSR war die erfolgreichste Mannschaft der noch jungen Kontinentalmeisterschaft. Der Europameister von 1960 und Vize-Europameister von 1964 steckte jedoch mitten im Umbruch. Torhüterlegende Lev Jaschin war nicht mehr dabei, Viktor Ponedelnik, Schütze des Siegtreffers 1960 auch nicht. Im Gegensatz zu den Italienern mussten die Sowjets aber kein Trauma aufarbeiten. Zwei Jahre zuvor hatte sich Italien bei der WM in England 1966 bis auf die Knochen blamiert. 0 zu 1 gegen Nordkorea. Aus in der Vorrunde. Nun sollte der Europameistertitel als Wiedergutmachung her. Doch danach sah es in Eapel zunächst nicht aus. Giovanni Rivera verletzte sich schon nach fünf Minuten am Oberschenkel. Ausgerechnet Rivera. Auf dem eleganten Spielmacher ruhten im Vorfeld die Hoffnungen der Italiener. Mit seinem Klub, dem AC Mailand, hatte er national und international Pokal um Pokal gesammelt. Die Serie A war zu diesem Zeitpunkt die stärkste Liga Europas. Im Gegensatz zu vieler ihrer europäischen Kollegen waren die italienischen Spieler nämlich Vollprofis. Die Klubs dominierten die Wettbewerbe. Nur, die Nationalmannschaft war seit dem zweiten Weltkrieg chronisch erfolglos. Und, wird es auch bleiben, jetzt wo Rivera nur noch vor sich hin humpelt, dachten wahrscheinlich viele. Denn ein Auswechseln war damals noch nicht erlaubt. Die UdSSR drückte, doch der junge Torhüter vom SSC Neapel war nicht zu überwinden. Sein Name, Dino Zoff. Bei jeder Parade tobte das Stadion. Es ging in die Verlängerung. Als niemand mehr damit rechnete, raffte sich Inter-Mailands Angelo Domenguino noch einmal auf. Doch sein Schuss klatsche nur an dem Pfosten. 0 zu 0. Elfmeterschießen war damals noch nicht erfunden. Und für ein Wiederholungsspiel war bei dem engen Zeitplan bis zum Finale kein Platz. Also musste das Los entscheiden. Genauer gesagt, eine Münze. Schiedsrichter Kurt Cenccia zückte eine 10-Frohr-Münze und rief die beiden Kapitäne zu sich. Albert Cestanjev wählte Zahl, Giaccinto, Facchetti, Kopf. Als Cenccia die Münze auf seinen Handrücken knallte, hatte Facchetti gewonnen. Kopf. Italien stand erstmals seit der WM 38 wieder in einem Finale. Dort ging es gegen Jugoslawien, das Weltmeister England besiegt hatte. Aber auch im Endspiel gab es nach 120 Minuten keinen Sieger. Weil aber im Gegensatz zum Halbfinale kein akuter Termindruck herrschte, gab es ein Wiederholungsspiel. Italien gewand 2 zu 0 und war erstmals Europameister. Der Makel des Münzwurfs blieb aber und wurde nach dem Turnier heftig diskutiert. Die Kritik am Losentscheid bewirkte letztlich, dass später das Elfmeterschießen eingeführt wird. Das war's mit dieser kurzen Geschichte und wenn ihr nächste Woche wieder etwas aus der Geschichte des Fußballs hören wollt, dann lasst doch ein Abo da und like dieses Video. Bis zum nächsten Mal.